Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Fail Waybleed Pexels. Ich begrüße euch. Nachdem wir im letzten Part eigentlich ein ziemliches Stück oder ein gutes Stück vorangekommen sind, finden wir uns jetzt offenbar in einem Areal, in welchem es weniger auf die Sprungkünste als vielmehr auf die Kampfkünste ankommt. Und ja, damit eigentlich auch schon genug gesagt. Wir kämpfen uns weiterhin so durch, wortwörtlich, und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit. Spooky mit Waybleed Pexels und weiter geht's. So. Äh, what the... Oh, you bastard. Dich hatte ich gar nicht mehr gedacht. Begone. Begone. Oh ja, 2, 4, 6... 8, 9, 10, 11, 12 Gegner. Ja, und der Countdown tickt schon wieder mal ab hier. Wer wird jetzt als erstes befreien? Ich hab grad keine Ahnung. Ähm. Hallo? Oh, jetzt, jetzt passiert ja etwas. Au, ja, ähm... Sehr viel sogar. Zu viel für meinen Geschmack. Ach, come on. Ach, da bist du... Das ist aber auch so ein richtig garstiges Ding hier. So. Shut up. Jetzt werde ich mich gleich mal um die Dinger hier kümmern. No! So, und ich glaube, jetzt soll's auch gleich losgehen hier. Vielleicht kann ich die sogar nach oben bringen. Aber was muss... Na, das bringt mir eigentlich gar nichts, glaube ich. Au. No, 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 no. Oh, Gott. Good Lord. Come on, warum? Warum? Glaubt das jetzt hier mit dem... Hallo? What the hell? Was zum Geier? Ah, okay. Okay. Hallo? Ey, es kann doch nicht so schwer sein jetzt hier. Wir versuchen das mal von der anderen Seite. Äh, oder auch nicht. Ah, endlich. Wo bist du? Okay. Kann ich halt gleichzeitig... Ja, es müsste eigentlich gehen, ne? Ja. Aber ich kann leider nach wie vor nicht abspeichern. Nein! Fuck! Äh, sorry. Wieso kann ich da nicht abspeichern? Buhu. Ah, spooky. Come on. Seriously. God dang it. Was zum... Was zum... Ganz... Habe ich das immer noch nicht begriffen? Okay, jetzt. Au. Damn you. Ich glaube nicht mehr, dass es mir das hier irgendwas bringt. Aber ich bleibe jetzt nicht mehr hier oben. Au. Äh. Okay. Ja, ich kann ich halt nicht abspeichern. Das ist das Problem. Vielleicht hier an der Decke. Ja! Tatsächlich. Au. Ja. Stört mich nicht. Au. Au. Das... God damn it. Au. Das kann doch nicht... Das kann doch nicht wahr sein. Seriously. Au. Oh. Au. Au. Nein. Au. Au. Oh, God. das nach solch kleine garstigen ist Stinger Ehrlicher ich Ich... Oh, okay. Alter Schwede! Meine Güte! Au! Sorry, jetzt aber... Good Lord! Oh mein Gott, ich glaube es ja nicht! Oh mein... Boah! Ich brauche keine Education, ich brauche hier einfach mal ein bisschen Pause! Wow! New Guest Level available? Äh, no! Ja, stimmt hier genau, hier gab es ja auch Community Level zum Spielen, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich die euch jemals zeigen werde... Mal gucken... Ähm... Complete... Ist das jetzt das ganze Chapter, oder war das jetzt das eine Level? Das wäre schon ein bisschen lange jetzt gewesen, oder? Zwei Stunden Nacht... Ja, ne, das ist das Chapter... Ha! 285 Mal gestorben? Ähm... Nein! Wie gesagt, ich glaube das ist ähm... Immer noch zu wenig... Ähm... Keine einzige Seite, sehr schön... Heiß Combo 12... Und Rang C... Ja... Hauptsache... Hauptsache fertig hier... Um Gottes Willen... So... Äh... Wir gucken mal, was jetzt passiert... Achievement... Oh... BTS... Ich bin altar... Danke, ganz schön. Ich bin lived wherever der... Betty... Mann, ich sage mal, den cart Termining erhit... Ein Der vierte Traum, Chapter 1. Oh Gott. Darien hier ist ein Träum von Flamen und Suffocation, von Mauten über Mauten, Pylion über Oss... Oh Gott. Ja, die Welt wird mir in den Augen nicht gut bekommen. Oh Gott. Ja. Da wären wir jetzt also nun. Scheint, es wäre völlig egal, was Spooky mit diesem verdammten Buch anstellt. Sie hat es versenkt, sie hat es vergraben, sie hat es verbrannt jetzt. Und ja, das Buch scheint immer und immer und immer wieder zurück zu kommen. Und oh Gott. Eins, zwei, drei. Oh Gott. Ja, ich könnte jetzt eigentlich natürlich Schluss machen hier, aber ich werde euch noch kurz mal einen Sneak Peek quasi gewähren. Mir selbst ja auch. Ja gut, sobald ich hier rüber gedasht bin, kommen wir schon eh die ersten Dinger hier an. Ja. Au. Au. Okay. Ähm. Ja. Ups. Ja, das fängt sehr, sehr gut an. Und wieso läuft das jetzt gerade in Zeit... Ach, jetzt. Ah, okay. Keine Ahnung, was das war. Das dürfte ein sehr merkwürdiger Lag gewesen sein. Okay. Alles gut. Oh, oh. Ah. Ähm. Okay. Wie zum Geier soll ich... Wie zum Geier soll ich da bei dem zweiten drüber dashen können? Das, äh... Au, 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 au. Au, 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 au. Ja, liebe Leute, ich glaube, das wird ein etwas kürzerer... Boah, Sneak Peek. Au. Wie oft kann man denselben verdammten Fehler eigentlich in Folge machen? Bevor man merkt, das funktioniert nicht. Oh, Jesus Christ. Äh. Okay. Das hier ist mir trotzdem... Wie, 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 wie soll ich... Äh, I see what you did there. Glaube ich zumindest. Oh, no. Oder? Das wollte ich nicht wirklich von mir. Na. Oder? Äh. Okay. Ähm, ich würde sagen, das finden wir beim nächsten Mal raus oder auch nicht. Oh, Gott. Warte. Also, das mit dem dashen funktioniert manchmal auch nicht. Und vor allem, äh, nachdem sie wieder hingestellt wird, leckt das Ding da also ganz gut. Und ich weiß nicht, warum. Sehr merkwürdig. Ja. No, 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 no. Ja. Au. Äh. Hier kann ich... Hier kann ich... Ich kann hier nicht durchdashen. Das ist zu weit. Oh, ich kann doch. Ups. Pardon. Äh, mein Fehler. Ich dachte, ich könnte nicht durch. Offenbar kann ich das doch. Aber gut, ich werde hier sowieso sterben. Dum, 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 dum. Au. Uh, sogar noch ein Checkpoint in der neuen Welt. Ich bin entzügt. Ich bin entzückt. Dum, 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 dum. Jawohl. Äh, okay. Das sieht hier etwas... Au. Au. Oh, dear. Oh, God. Au. Äh, äh, äh. Au. Ja, ich würde sagen, ein ziemlich guter Abschluss. Wow. Okay. Ja. Das könnte interessant werden. Ich sage es, ich nenne es jetzt einfach mal so. Ja, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Wenigstens haben wir mal wieder nach langer, langer Zeit einen Traum abgeschlossen. Oh, God. Und, ja. Wir werden uns das hier das nächste Mal noch angucken. Und, ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich wieder begleiten würdet. Denn es heißt, let's play Waybleed Pixels, beziehungsweise let's fail. Und bis dahin wünsche ich euch wie gehabt einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.